Aurora Cannabis, das Comeback zur Jahresend-Rally. Aurora Cannabis ist einer der Hype-Werte schlechthin am Markt. Ein krasser Absturz von 9,81 auf weniger als 6 Euro im November lockt die Investoren. Cannabis wird das Thema der kommenden Monate sein, da die Zulassungen weltweit laufen. Schon ohne diese Informationen hat die Aktie binnen einen Jahres mehr als 200 Prozent zugelegt. In drei Jahren ging es um mehr als 1.500 Prozent nach oben. Der langfristige Trend ist damit vollkommen ungebrochen. Jeder deutliche Kursrückgang, wie wir ihn zuletzt ja oft gesehen haben, ist eine Einstiegschance. Und jeder deutliche Kursrückgang ist damit auch eine Kaufchance, denn Aurora Cannabis ist in diesem heißen Markt der Marktführer. Bei einer Marktkapitalisierung von gut fünf Milliarden Euro sind Investoren zudem vor Spekulanten sicher – vielleicht die Chance zum Jahresende. WDR Dru democrat Ana비 WDR 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 Untertitelung des ZDF, 2020